Mein Name ist Oberfeldwebel Stief, eingesetzt als Scharfschützengruppenführer der 2. Kompanie des Panzergarnadierbataillons 371 in Marienberg. Wir befinden uns hier auf dem Tropenübungsplatz Oberlausitz und hier im Schwerpunkt ist die Schießausbildung. Die Schießausbildung hier, der Aufenthalt ist auf zwei Wochen mit Wochenendaufenthalt, wo wir den Scharfschützen im Gefechtsfeld abbilden. Die Ausbildung des Scharfschützen ist immer gleich. Es gibt eine Scharfschützenvorausbildung, die in der Regel sich auf zehn Wochen bezieht, in der alle Bereiche des Scharfschützen abgebildet werden und dann endet so gesagt die Vorausbildung mit dem Verwendungslehrgang Scharfschütze G22 in Hammelburg, der jetzt auf fünf Wochen aufgestockt wurde und danach kann sich der Schütze Scharfschütze nennen. Es gibt einen Schützen, dieser bedient auch das Gewehr und der Spotter ist sozusagen seiner, der eben die Werte für die Entfernungen gibt, um das Ziel zu bekämpfen. Entfernung 1, 6, 7 Meter. Feuer. Bei uns in der Ausbildung sagt man immer, man hat drei Stunden Zeit, um sich an ein Zielobjekt anzunähern. In diesen drei Stunden muss dann auch der Schuss fallen. In der Annäherung werden alle Ausbildungsabschnitte, die vorher ausgebildet wurden, vereint, um so gesagt zum Ziel zu kommen. Das beinhaltet das Abtarnen des Schützen, das Orientieren des Schützen, das Beobachten sowie das Schießen, Anschlagsarten und alles andere, was vorher ausgebildet wurde. Bei der Tarnung im Gelände kommt es darauf an, dass wir uns dem Hintergrund anpassen und der Umgebung. Wie man jetzt hier sieht, wir sind jetzt hier in einem Kiefernwald und lagen jetzt am Boden. Deswegen haben wir jetzt auch hier bei der Waffe die Tarnung Moos genommen, um halt die Kontur der Waffe oder der, sag ich mal, Obtroniken zu verbergen. Der Gilly, das stellt jeder Scharfschütze der Bundeswehr selber her und dann im Gelände passt sich der Scharfschütze der Umgebung mit diesem Gilly an. Warum ich diesen Job ausübe? Man hat halt als Mannschaft eine hohe Verantwortung und kann diese halt dann dementsprechend je nach Auftrag auch ausüben als Mannschaft. Das ist der schönste Beruf überhaupt in der Bundeswehr.